Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und habe ein paar Runden gespielt. Was das alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich arbeite nur mit meinem eigenen Kind, da darf ich ja auch arschlich sein. Ich arbeite mit alten, behinderten Menschen. Das geht mir ähnlich. Da darfst du auch arschlich sein. Funny, ich bin auch im Verkauf. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? So, Marie. Hat noch kein Wort gesagt. Aber vergessen, Hallo zu sagen. Hallo. Wie normales im Bongo aus. Es gibt nur Cubates und Apostas. Ohne Pasta. Was kein Sinn an Geld, weil das ein dummer Wortwitz war, der kein Wortwitz ist. Marie Thierry. Marie, verfolgt mich. Alter, du bist... Was? Oh, ja. Raus, raus, weg, raus. Marie ist im Poster. Hä, warum? Was? Welche Marie? Du. Es gibt nur eine... Aber sie ist doch bei mir gerade. Mach nichts, sie ist im Poster, ich weiß das. Warum weißt du das? Warum? Weil ich es weiß. Ja, wow. Hä? Ja, gut. Das war die ganze Zeit bei Marshall. Begründung, sonst wo. Begründung, mein Bauchgefühl sagt mir das. Ach Gott. Alter, das ist geil. Wenn jetzt Marie nach einer Runde keinen Bock hat auf ein Mangas. Ich hau dir auf den Poster. Spielen wir dann gleich Valorant? Nein, die Fresse. Marci, warum sagst du nichts? Ich war die ganze Zeit bei dir. Ich war bei... Marie war bei mir die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was er will. Aber sie haben schon gevoten. Ja, aber Marie, mir vertraut die keiner. Ja, gut so. Ich habe dich nicht gevoten. Ich habe Sky gevoten, weil er mir auch... Nein, nein, ich habe Marci gevoten. Alles gut, alles gut. Aber Marie ist trotzdem im Poster, ne? Ich sage, Sky hat das alles gelernt. Das ist ein blöder Plan. Wir fragen Yoshi, ob du im Poster bist. Was ist denn mit ihm los? Hat er ja einfach keinen Bock gehabt, die erste Runde zu spielen. Er hätte auch einfach kurz draußen bleiben können. Äh, nicht da. Oh. Hä? Da versucht wohl jemand witzig zu sein, Skylani. Na, das ist ja so... Das ist nicht witzig, Boris. Hab hier gar nichts. So, jetzt ist jemand geflogen. Die Boots hatte Marie. Davon einen von Sky. Wahrscheinlich ist Annika mit rauf. Ne, Annika hat gesagt, raus mit ihm. Also wird Annika Skylani gewordet haben. Tyrion, Lecktücke. Riptirion. Ja. Also ich weiß nicht, wie lange die Person da liegt. Die Türen waren auf jeden Fall mal zugewiesen. Boris war ein Reactor. Also... Mhm. Möglichkeit bestehe, glaube ich aber eher nicht. Okay. Miniline und Annika kann ich schon mal ausschließen. Ja, wir waren auf der rechten Seite. Okay. Hä, kann das sein, dass man, wenn man diese Kabel-Fix-Task hat, dass man zweimal das gleiche hat? Nein, eigentlich nicht. Nein. Hä, ich hatte zweimal vor Neff die Kabel fixen. Hast du es vielleicht nicht fertig gehabt vorher? Doch, da stand hier Task-Dings-Completed oder was auch immer da immer steht. Aber... Und dann habe ich meinen Task drin gemacht in Neff, bin wieder raus und wurde mir das schon wieder angezeigt. Da bin ich da hinten, da musste ich die Kabel schon wieder verbinden. Annika. Hast du während das noch da stand rausgekriegt? Warum zählst du das? Können wir bitte über die Leiche reden? Wo seid ihr? Ja, wir sind gleich... Ich habe doch nur gefragt. Ähm... Carol, wo bist du? Wieso, wo bin ich? An der Engine. Ja, welche? Upper Engine. Wie bist du da hingekommen? Laufen. Wie lang? Und ich habe in Storage meine Kanne aufgefüllt und bin hochgelaufen. Aber warum haben wir uns nicht gesehen? Das weiß ich nicht, wo bist du denn? Ich bin in der Elektriker jetzt und ich war vorher Reactor plus ich musste im Upper Engine stehen, bis die Tür aufgegangen ist. Also hätten wir uns doch eigentlich kreuzen müssen, Carol. Sind wir aber nicht. Wieso nicht, Carol? Hast du den, äh, den, den Vent benutzt? Nein. Okay. Und ich war auch nicht in der Elektriker. Der Vent oben ist aber nur mit, äh, der Vent, also die Vents von Lower and Upper Engine sind auch nur mit dem Reactor verbunden. Ja, aber du kannst ja Elektriker wenden zur Security und dann Lower Engine hingehen. Du hast mir nicht über den Weg gelaufen. Also, ich habe Carol nicht gesehen. Oh, Carol, Carol, Carol. Alter, was seid ihr denn für Noobs, Alter? Ist ja nicht so, dass es hier nicht üblich ist. Ja, ja. Ja, aber das ist irgendwie. Kannst du deiner Mama gehen, dich ausheulen? Ach, ja, 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 Gehleid. Nee, mei, nicht. Was ist denn? Hä? Was ist... Also, Boris ist im Buch kein Imposta. Ist ja erst schon einen Rundschlaf nicht gegangen. Ah, Kevin war nicht da. Ich habe Kevin nicht gesehen. Hm. Hm. Was macht die denn hier? So, da liegt Marie. Was macht sie da? Wer hat das eben gesagt mit der Nap-Task und den Kabeln? Ich. Annika. Ja, hatte ich auch. Ich habe sie gerade in Cap schon wieder gehabt. Ich fühle mich ein bisschen kaputt. Dann ist uns wahrscheinlich gerade verbockt. Ja. Das sind drei Many-Kicken in Reaktor, wo ich gerade in Advent war. Und dann ist das Licht ausgegangen, habe das Licht gefixt und bin direkt zur Reaktor. Dann habe ich die orangene Leiche bei den 10er-Pult gefunden. Und Boreos oder Bore ist von Shields zu Storys Richtung Admin gelaufen. Das heißt, er kann schon mal nicht sein. Ja. In Admin war er mit mir und Trixie. Ja. Ja, zum Schluss, als ich reingekommen bin, war dann auch keiner. Müsste dann ja Luzifer entgegengelaufen sein. Aber Trixie nehme ich dafür auch raus, ich war vorher mit ihren Navigation. Also Trixie und Carol kann ich auch bestätigen, dass sie in Admin drin sind. Hast du ein Camp? Ja. Aber Trixie nehme ich auch raus. Ja genau, ich bin in Camps. Ja. Genau, Boreo und ich waren in Nav. Wer war denn mit mir? Ach, das war glaube ich Mariah sogar. Die war mit mir in Medical. Ja. Und ich musste dann in die Cafeteria meine Kabel nochmal fixen. Und sie ist dann weg gewesen, keine Ahnung. Musste ja dann zu Reaktor gegangen sein. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Min, wo warst du? Ich habe meinen Namen gehört. Ja. Wo warst du? Du bist die einzige, von der wir nicht ungefähr wissen, wo sie war. Ja. Also ich war links und hatte, ich hatte diese, da wo Mariah, die hatte ich meine Tasks. Dann bin ich raus und kurz in Camps rein, weil Mariah von da irgendwie kam. Und dann bin ich halt nach unten gegangen. Und dann weiß ich tatsächlich irgendwie nicht mehr, wo ich war. Um ehrlich zu sein. Ja, dann musst du ja, äh. Dann müsstest du ja Annika gesehen haben. Bei den Camps. Oder Olli. Einen von den beiden. Und ich habe keinen unterwegs gesehen. Ich auch nicht. Ich habe Olli nur gesehen in den Camps, also auf den Camps. Dich habe ich auch nicht gesehen, Min. Ich stand links... Wir müssen boarden, ich gehe für Min. Hey, das ist gemein. Ja, ich weiß. Ohre, böse. Ich spiel mich später. Okay, das ist schon mal richtig. Ah, wer ist bloß der Letzte? Aaron? Hm? Ja, ich glaube schon, dass es richtig war. Obwohl Annika... Ja, ich war halt nicht da. Also, optisch. Ich weiß nicht, wo generell die waren. So, im Moment. Ja, natürlich. Carol? Ja, ich habe Carol erst auch nicht gesehen. Oder Zweiter auch nicht gesehen. Von daher. Schwierig, schwierig. Schwierig, Leute. Guck mal. Guck mal. Olli macht einen guten Job. Hat einfach schon... Ein paar Mal nicht mehr mit Barsch. Zwei gewesen. Und ich finde halt... Er hat auf jeden Fall wieder zugelegt. Also nicht an Gewicht. Sondern an Spielklasse. Also... Er hat mich ja letztens Geld gekostet. Und... Von daher... Was ist denn das? Echt? Äh, wirklich? Ist das wirklich ein Backfeder? Zweimal machen? Eieiei. Drüber, rüber, rüber. Die muss ich auch nochmal machen. Die habe ich schon nochmal angezeigt. Ne. Okay. So, Carol. Geht weg. Hä, das muss dann doch Carol sein. Ja, jetzt auf jeden Fall. Na, hatte ich wenigstens da nicht. Bin auch wo ich geflogen bin, ne? Also... Ja, Carol... Schade. Was? Also Carol ist mir gerade aus Koms entgegengekommen und da liegt die Leiche. Das musst du, das haben wir jetzt gemacht haben. Ne. Doch. Definitiv nicht. Äh, Carol, hast du Bohre in, ähm, Koms gesehen? Ja. Beim Koms fixen. Aber Koms sind immer noch nicht gefixt. Ja, das stimmt. Obwohl du rausgelaufen bist und Bohre da jetzt liegt. Und Bohre habe ich Lower Engine gesehen. Ja, ich habe Bohre nämlich als Security gesehen. Ja, ich habe den da nämlich auch gesehen. Ja. Ja. Ja, dich war da auch. Mich müsstest du gesehen haben, dass ich von Neve gekommen bin. Dixie ist auch mir entgegengekommen. Ja, mir auch. Carol habe ich auch gesehen. Oben beim... Met... Carol ist mir, äh, bei Cafeteria War Weapons mir vorbeigekommen. Genau. Ja, genau. Keine Ahnung. Es könnt ihr alle sein. Also... Weiß ich nicht. Also ich gehe für Carol, weil sie mir halt gerade aus Koms entgegengekommen ist. Für mich war es halt so... Ja, für mich war die Runde davor schon Carol so ein bisschen fass, aber ich weiß auch nicht. Wo sind meine beiden? Schatz, siehst du? Er liegt am Bett. So, Chris, mach hin. Ja, halt, fährt doch hoch, aber... Spielst du noch eine andere Farbe aus, Sian? Besser ist es. Ist mir nicht so wichtig. Okay, cool. Toll, Tricks, aber wenn ich dich dann töte, dann bist du selber schuld. Warum? Weil sie denkt, das ist Chris. Ja, weil eigentlich will ich Chris töten. Das ist genauso, wie wenn jemand dunkelblau hätte. Tricks, sie macht ja nichts draus. Annika kann einfach nur nicht lesen. Aber ich kann hier schlafen. Aber ich kann hier schlafen. Ich kann hier schlafen wahrscheinlich. Alter, Min. Ohohoho. Ich kann nur noch hässlich die Farben schlafen. Ja, immer. Oh, abgesetzt. Oh. Immer, immer, immer. Chris, sachenlose Benz. Los gehen sie. Ja, komm doch. Chris zieht sich gerade um. Das muss ein Ei haben. Ja, ich hab ja sonst nichts. Wo ist mein Fugelnest? Ja, ich find's nicht. Ist egal, leg los. Doch, nein, nein, das gibt's. Das gibt's. Drei, sechs, acht, zehnte Reihe oder so. Ne, warte mal. Ich hab's gerade gefunden. Ich muss ganz nach unten gehen und dann... Okay, start. Gut luck, Herr Fall. Brrrr. Brrrr. Ich bring mich alle um. Ich bring mich alle um. Und Chris ist als erstes dran. Okay, ok, ok. Wir haben rausgefunden, wo der Fehler mit der Tast lag. Es gibt nur zwei Kommentars und drei eingestellt waren, weil das Spiel ist noch zugelassen. Wurde das Doppel gesehen. Deswegen Doppelkabel. Eis und... Boris ist hier. B-B-B-Boris. Thierry und Boris. Hm. Lass mich raten, die Electrical. Eigentlich kannst du Chris sein, oder? What? Sky ist tot. Hallo. Ich hab Sky vor ner... Also... Zehn Sekunden noch in Stoge gesehen. Oh. Kann doch irgendwelche letzten Worte, Mashi? Wo liegt der denn? Wo ist der denn? Wo ist die Electrical? Wieso nicht? Ich wusste nicht. Wieso nicht? Weil du gerade sehr überzeugend in seinen Cs gefakt hast? Das habe ich Admin Table gesehen. Dass da jemand in Electrical war. Und dann dachte ich mir so, hm, merkwürdig. Und dann waren es zwei Leute in Lower Engine. Wer war vor zehn Sekunden in Lower Engine? Da bin ich Thierry gekreuzt. Thierry? Ich war nicht in Electrical. Bist du sicher? Bin vorbeigelaufen. Bin vorbeigelaufen. Bin vorbeigelaufen. Warum willst du nicht in Electrical rein? Karen gab es vor ein paar Sekunden noch eine E-Mail-Note. Weil ich nicht in der ersten Runde unbedingt in Electrical reingehe, weil ich da sonst nicht ungemacht hätte. Aber du hast doch da Tast. Du musst doch als Crewmate deine Tast machen. Hey, Mashi. Ich wollte aber erst Simon Says machen. Warum will man denn als erstes Simon Says? Das ist sowas von Tast. Damit ich das weg habe. Alter, Thierry. Mashi, hast du nicht auch gerade Simon Says gefakt? Ja, aber ich bin da gleich hingerennt. Mashi, das macht dich jetzt direkt wie der Tast? Aber ich bin doch doch zuerst hingegangen. Warum soll ich denn als Imposter als erstes zu Simon Says gehen? Weil ich dann zehn Sekunden köde und auf 30 gehe oder was? Gibt ja gar nicht. Mashi, aber wenn man davon ausgeht, dass du ja als intelligenter Imposterspieler selbstverständlich zuerst entklarst. Oh, du hast mir ein Kompliment gemacht, Boris. Ja, manchmal tue ich das. Du bist so süß. Das wäre viel witziger gewesen. Was? Sing mir ein Song. Was? Sing ein Musical Song. Brenne in der Hölle, Alter. Burn. Let it burn. Du, 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 du. Also mal ganz doof zurück zum Thema. War denn noch ein Punkt irgendwie mit bei Security? Ich glaube nicht. Aber es waren zwei Punkte in Navigations? Das war in Anni konnte ich. Weiß ich nicht. Habe ich nicht drauf gehört. Und einer ist O2. Das war auf jeden Fall mindestens einer in Reaktor. Ja, das würde Maschi gewesen sein. Oder Thiri. Ja, Thiri ist gerade gewechselt, reingegangen auf jeden Fall. Also wir wissen Gornisch, richtig? Gornisch. Ja. Ja, wir wissen, dass Maschi gar nicht... Vier? Oh mein Gott. Stimmt. Ja. Damit ist Annika und Boris wahrscheinlich kein Impostor. Die Stimme habe ich von den beiden. Plus zwei Impostor. Okay, cool, krass. Es ist wieder so weit. Random rausgeworfen werden. Wunderbar. So. Eigentlich kann es doch kurz gewesen sein. Da klingt doch immer Sky. Sky ist eh egal. Hauptsache ich kann mitspielen. Die alte Nudel. Oh no, hat nicht geklappt. Annika, was tust du da? Annika, was tust du da? Annika, was tust du da? Oh. Chris. Kannst du Annika hier sein, ja? Okay, das hat sie zumindest gemacht. Marie, was hast du vor? Okay. Willst du mich verarschen, Chris? Ach, das ist gar nicht Chris. Siehst du? Hallo? Min liegt auf dem Reaktor. Auf dem Reaktor. Ja, nimm. Also entgegen gekommen ist mir Bohre. Ja. Ich habe mich leider auf den Kameras nicht gesehen. Ich war gerade vorher an den Camps. Thiri? Hm? Wie bist du in Upper Engine gekommen? Ich bin hochgelaufen. Bist du sicher? Ja. Ich habe dich da gar nicht gesehen auf den Camps und du bist mir auch nicht entgegen gekommen. Ich bin hochgelaufen. Bist du sicher, dass du deinen Weg über den Gang führst und nicht durch den Wind? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich über den Gang gegangen bin. Déjà-vu. Ziemlich sicher ist aber nicht gerade viel. Okay, also... Thiri ist immer irgendwie Sus-Sätze, okay. Deswegen habe ich die Hörner. Ich muss meinen Hut wechseln. Du bist die Ersatzscharni. Na, die Ersatzscharni. Aber dann lebt Carol noch, das geht nicht. Scheiße, nein stimmt. Thiri, du musst Carol töten. Nein, nein. Es gibt uns, dass ein Thiri Carol töten. Ja, fühle ich. Thiri, kicke bitte Carol. Und dann wissen wir, dass du es nicht bist. Okay. Carol muss sterben, die nächste Runde. Nein. Und wenn sie nicht stirbt, ist sie ein Imposter und wir boten sie einfach raus. Oh. Ihr seid heute wirklich böse, oder? Oder nicht. What the? Okay. So was von... Aber wir haben ja noch einen Imposter. So was von... Bootfreudig. Was ist denn hier heute los, ey? Sind wir schon zu elf? Chris ist ja dazugekommen, falls es irgendjemand von euch in der Astrono nicht mitbekommen hat. Chris ist dabei, yay. Ich bin raus, oder? Hä? Hier stehst du noch doof rum. Okay. Jetzt bist du raus. Jetzt bist du raus. Hä? 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 Okay, also... Na jetzt... Also wenn ja... Einer war und Thirin nicht. Aber Thirin müsste eigentlich, oder? Ja. Ja. Hm. Und ist aber... Na ja. Mashi ist da jetzt auch ein valider Ersatz. Hä? Ja. Auf Mariah habe ich ja die einzige, die ich nicht gesehen habe. Und... Ja. Ich hab das Licht gepflegt. Ja. 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 Ich hab das Licht gemacht. Das würde zeitlich doch dann überhaupt nicht passen, oder? Dann wärst du aber da, wo Mashi war. Naja, also Mashi liegt halt in Storage, ne? Oh. Okay. Wer ist grad noch mein Admin rein? Trixi und ich. Äh... Ich und Arnie. Olio und Trixi, ja. Aber von unten dann gekommen? Ne. So, ihr seid beide... Ne, ich bin vor uns der Kaffee zu Wehr gekommen. Trixi auch? Ne, ich bin von uns sicher. Weiß ich nicht. Mhm. Okay, und das heißt, wenn... Carol das bestät... Carol das bestätigen kann, dann ist die Wahl zwischen Trixi und Mariah. Ich kann nicht bestätigen, dass Trixi von unten kam, weil als ich reingeschaltet habe, ist Trixi gerade schon rein gegangen und Olli kam von oben. Gut, Olli. Und Mashi war ja noch in Dings. Also Mashi war ja noch... Ich hab nur Mashi nur gesehen, wie er an den Admin Table nur stand. Als du in Admin rein bist. Ja. Und Trixi stand oben beim Download. Und dann bin ich weggegangen, weil dann auch das Licht ausgeschlagen ist. Bin schon auf dem Weg zu Storage, war schon Eingang electrical. Und da wurde schon gereportet. Also muss irgendwas hinter mir passiert sein. Okay. Wir können skippen, glaube ich. Okay. Gut, kann ich. Alter. Jede Runde fliegt einer. Also... Ich weiß... Was? Was? Navigation... Okay. Oh, perfekt. Naja, jetzt geh ich jetzt über den Scheiter umschalten. Die hab ich jetzt safe fertig. Obwohl die andere nicht auch safe wird. Die muss alleine sein. Oh... Oh... Angetu... Oh... Geht keiner hin? Oh... Das kann das Gewirr sein. Was ist das denn, Bruder? Pickst du das oder wer ist das? Olli, du wirst immer besser. Olli, du wirst immer besser. Boah, wo bist du grad? Ich bin grad in Quateria rein, nachdem die Turn-Off gegangen sind. Du bist aber nach unten weggelaufen, als wir O2 gefixt haben und da liegt halt die Leiche. Ja, das ist richtig. Ich bin in Neff rein. Da war da noch keine Leiche, weil ich vorher auf Admin, als ich den linken O2 gefixt hatte, jemanden in Neff gesehen hab und davor jemand in Cafeteria und mich gewundert hatte, dass da jemand nicht direkt zu O2 gegangen ist. Deswegen hatte ich nachgeguckt. Aber ich hätte eine andere Person, die vielleicht den Kill gemacht haben könnte, Annika. Ne, also ich hab Carol da gar nicht gesehen. Ich bin von unten gekommen, da hast du recht. Aber da lag sie da definitiv noch nicht. Ich bin jetzt ja auch schon wieder in... Hey, haben wir ein oder zwei Leute verloren? Einen. Achso. Ja, ich bin ja auch schon wieder in Shields. Wo bist du? Also ich hatte auch gerade den Report-Button. Aber ich hab nicht drauf geklickt, weil ich... So schnell war ich nicht. Und dann kam direkt der Report, also ich... Was? Du hast doch oben mit mir an der Tür zur Cafeteria in Weapons gestanden. Ja, aber ich bin wieder runtergegangen, weil die zu war und ich wollte nicht mit dir da stehen. Ich hab Angst vor dir. Ich bin ein sympathischer Typ. Also ich stand jetzt gerade mit Maria jetzt in Atmen-Table und haben gesehen, dass bei Shields eine Leiche lag. Und oben bei Weapons war auch ein Manikiken gewesen. Und da muss irgendein anderer Manikiken irgendwie auf dem Gang sein. Ne, 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 das kann nicht sein. Äh, äh, und in Shields lag definitiv noch keine Leiche, das stimmt nicht. Ich kann nur das sagen, was ich jetzt gesehen habe auf dem Atmen-Table. Ich steh an Weapons an der Tür und bin gerade in Cafeteria rein. Ja, aber dann müsst ihr rauf geguckt haben, als ich gerade auf dem Gang war, als ich wieder runtergegangen bin. Dann hab ich ja keinen Punkt auf dem Atmen-Table. Aber definitiv lag die Leiche da noch nicht, als ich da durchgegangen bin. Definitiv nicht. Ich glaube... Ich glaube, ich gehe für Bore. Hä? Ich glaube, das ist ein Fehler. Aber Bore kann es doch nicht sein, Mariah. Wenn Bore... Ja, aber Oli kann es eigentlich auch nicht sein. Oli kann es auch nicht sein. Self-Report oder Annika? Ich glaube, Annika nicht. Ich gehe für Bore. Oh, Adiel. Aber Annika hätte Oli sehen müssen. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Ey, leckt mich doch alle am Arsch. Was seid ihr heute für ein geiles Team? Oh mein Gott. Oli, ey. Hätte ich nicht mal gemacht, Oli. Du wirst nicht mehr fast... Hier hätte noch jemand anderes rausgeschmissen. Kill der Annika wenigstens. Oh, Oli spielt es richtig gut. Bitte... Kill keinen. Und lass es auf... Ah, okay. Alter, Oli, ey. Du wirst so gut drauf heute. Ey, einmal auf mich. Und zeig dir heute für ein geiles Team. Wie will ich? Ja. Ich kann heute frech die Auswahl. Oh, das war gut heute. Echt, Oli. Wer war denn? Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wetten, Killen und Interschnitzeln. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.